Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von SMART. Mein Name ist Samuel Preuss und heute gibt es ein paar Möglichkeiten, wie du auch zu Hause in Quarantäne und Selbstisolation Tischtennis spielen kannst. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch ein paar Möglichkeiten, wenn du auch zu Hause in Quarantäne und Wow! Yes! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.